Hallo und herzlich willkommen zur Auflösung zum ersten Nintendo Quiz. Heute lose ich aus, wer am Freitag bei mir im Abo-Quiz, also zum 19. MKB-Card, live dabei sein darf. Jawoll, das ist auf jeden Fall richtig cool und sage und schreibe eine Million Dollar spielen kann. Das ist eine Nummer und wir gucken jetzt erst einmal zusammen, wer alles teilgenommen hat. Und zwar, ja erstmal bedanke ich mich für die Leute, die hier teilgenommen haben, ganz klar. War eigentlich auch, ich war zufrieden bei den Teilnehmern, also bei der Menge. Das ist auf jeden Fall richtig cool, dass da so viele Interessen bzw. Bock drauf hatten. Und der Enten-Fan hat als erstes geschrieben, der Org-LP, danach der Arma, der Criss Cross Gaming TV, der Firestorm, der Volt Blaze, der The LP Galaxy, Nintendo Zocker Luca Cooper, Philipp Decker war dabei. Ja, der Philipp Decker. Der Dreamstar LP, der Rango Blaze bzw. Rango Blaze und die Gangster Games und ganz zum Schluss noch Superkite 88. Das sind die Leute, die teilgenommen haben und die die Chance haben, wie gesagt, auf eine Million Dollar im Abo-Quiz am Freitag. Und wir gucken erst einmal, was überhaupt die Lösungen waren. Das ist ganz wichtig und zwar ganz links oben hatten wir Mario, dann hatten wir die Piranha von oben nach unten, den Blooper und den Bowser und ganz unten, war vielleicht kam raus Reelie. Also das war, denke ich, zu machen, obwohl ich denke, dass die meisten von... Ja gut, lassen wir das mal. Ich glaube, wenn es hier rum vielleicht ein bisschen was anderes ausdenken. Ja, ne, da kommt definitiv eine andere Regelung. Das war ja erstmal sozusagen Demo. Und ähm, ja gut. Wir wussten jetzt erstmal aus, wer überhaupt gewonnen hat, das Teil. Ganz wichtig. Und tun das einfach mal den Zufallsgenerator überlassen und geben einfach mal ein die Zahl 1 bis 14, weil wir hatten 14 Teilnehmer, also Antti hatte die Startnummer 1 und der Superkite hatte die Startnummer 14. Und die anderen und alle dazwischen, ganz klar. Und wir gucken einfach mal, wer gewonnen hat. Nummer 6, krasse Sache. Nummer 6, das ist der Void Blaze. Void Blaze, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Du hast die Chance im Aboquiz dabei zu sein, bei mir live, um eine Million Dollar zu spielen. Und ja, das war's erstmal soweit von mir. Macht's gut, bis später und ciao.